Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal hat es mal wieder Sat.1 in die Sendung geschafft, denn Sat.1 macht sich wieder lächerlich. Und warum, werde ich euch hier ganz ausführlich in diesem Video erklären. Ich bin wirklich fassungslos, wie Sat.1 sich jetzt auch schon wieder blamiert hat, denn sie sind vor der Cancel Culture auf Twitter, Instagram und Co. eingebrochen und stellen jetzt das Format Promis unter Palmen ab. Einige von euch werden jetzt sagen, Mensch, das ist doch genau die richtige Entscheidung und ich sage nein. Und warum, werde ich in diesem Video erklären. Aber wir gehen jetzt mal den Tweet hier miteinander durch. Sat.1 hat geschrieben, Sat.1 verändert sich. Das haben wir angekündigt. Das tun wir. Deshalb haben wir beschlossen, es wird keine weitere Staffel von Promis unter Palmen geben. Also, goodbye Promis unter Palmen. Und dann geht es hier auch noch weiter. Wir sind überzeugt, gutes Reality-V ist hervorragende Fernsehunterhaltung, aber Promis unter Palmen passt nicht mehr zu uns. Veränderung braucht Zeit. Wir brauchen Versuchungen aus Fehlern zu lernen. Wir versprechen, hier bleiben wir nicht stehen, sondern lassen unseren Worten weitere Taten folgen. Wir arbeiten im Moment an vielen neuen Ideen und Sendungen, die uns begeistern und teilen sie mit euch, sobald wir das können. Wir haben ein großes Herz für richtig gute TV-Unterhaltung. Wir freuen uns auf ein neues Sat.1. Und ja, das Ganze kam jetzt nicht so gut an. Einige haben auch das Ding angesprochen, dass es auch keine richtigen Konsequenzen für Luke Mockridge gab. Da hatte ich ja auch vor ein paar Wochen drüber berichtet. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, um was es da genau ging. Auf jeden Fall ist Sat.1. jetzt nicht wirklich bekannt dafür, gute Entscheidungen zu treffen. Wir haben das ja auch gesehen mit der Icke-Hüftgold-Geschichte. Es hat ja jetzt auch einige Tage gedauert, bis sie sich dann entschieden haben, das Format, wo es dann halt auch um Kinder geht, auch vom Sender zu nehmen. Und die Entscheidung, muss ich sagen, fand ich sehr gut, dass sie gesagt haben, Mensch, wir schützen Kinder und wollen dieses Format, wo auch regelmäßig Familien und Kinder drin vorkommen, nicht mehr bei Sat.1 zeigen. Dann aber Promis unter Palmen, was halt nun mal Trash-TV ist, vom Sender zu nehmen, wo auch die Leute ihren Unmut unter diesem Tweet runtergepostet haben. Wo man sagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Was ist denn da falsch mit euch? Also, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, sollte man doch vielleicht an Sat.1 Stelle auch mal überlegen, was ist jetzt Trash-TV und was wollen die Leute? Sicherlich, es wird immer extremer. Irgendwie als Zuschauer, da schließe ich mich auch mit ein, will man auch, dass es immer extremer wird. Und für mein Format ist es natürlich genial, wenn, wie bei Promis unter Palmen, ein Prinz Markus von Anhalt sitzt. Dass man solchen Leuten eigentlich keine Bühne geben sollte und dass es sehr grenzwertig und auch eklig ist, sich homophob zu äußern, keine Frage, hab genug Videos zu dem Thema gemacht. Aber am Ende ist doch so ein Format auch irgendwie das, was wir ja auch sehen wollen. Das Format an sich war ja nicht verkehrt. Also eine Palmen-Landschaft, eine Villa und die Promis kamen rein. Also was will Sat.1 jetzt grundsätzlich an dem Format umändern? Also alles, was jetzt mit Promis zu tun hat und alles, was jetzt so ein Format auch ausmacht, wird weiterhin vorkommen. Ob man das jetzt Promis unter Palmen nennt oder Promis in der Skihütte oder Promis, die ganzen Ideen sind frei für euch Sat.1, Promis im Kohlebergwerk oder Promis im Schwimmbad, keine Ahnung, man könnte sich das wirklich dutzendfach das Format umnennen. Man würde immer wieder aufs gleiche Ergebnis kommen, denn die Formate sind nun mal so ausgelegt, dass dort von diesen 10, 12 Teilnehmern 4, 5 Leute meistens sehr fragwürdige Charaktereigenschaften haben. Meist nicht gut harmonieren mit den anderen Kandidaten und dieser Cast dann eine Eigendynamik entwickelt. Und davon lebt ja auch so ein Trash-Format, davon lebt jetzt auch irgendwie mein Format hier auf YouTube. Und generell freuen wir uns ja auch drüber, wenn man jetzt auf YouTube unterwegs ist und sich Videos dazu anguckt oder generell auf Twitter sich die Tweets unter dem Hashtag anguckt. Mensch, der Jotter macht wieder einen Skandal. Klar, sicherlich gewisse Leute sollte man jetzt nicht mehr zeigen, Prinz Markus von Anhalten, Jotter gehört dazu, einige andere auch, denen würde ich dort jetzt auch keinen Platz mehr geben. Aber es wird immer der nächste Jotter kommen, es wird immer der nächste Prinz Markus kommen, es wird immer die nächste Skandalperson kommen, der nächste Skandal ist nie weit. Und warum sollte man jetzt das Format stilllegen? Beim Dschungelcamp erinnere ich nur an die Staffel mit Jay Khan, wo es auch dann schwere Debatten dort gab, Mobbing, krasse Dynamiken, Lügen. Wir haben alle wie gebannt bei dieser Staffel vom Fernseher gesessen vor einigen Jahren. Und beim Dschungelcamp wartet man ja auch eigentlich immer darauf, dass die Leute sich anzicken. Dann ist meistens immer ein Kandidat, der sämtliche Prüfungen machen muss. Das wird ja vom Zuschauer gesteuert, also hat das gar nichts mit dem Format zu tun, sondern die Zuschauer wollen gezielt sowas sehen, dass jemand in Tränen ausbricht, dass jemand nicht mehr kann, dass jemand am Fallen ist. Und das ist natürlich sadistisch und sollte man auch hinterfragen, warum gucken wir das so gerne und warum wollen wir genau sowas sehen und Streitigkeiten. Das ist natürlich absolut zu hinterfragen, da müssen wir uns alle auch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber am Ende sind das natürlich Shows, die enorme Gagen beinhalten. Da kriegen die Leute ganz gerne mal 20, 30, 50 oder 100.000 Euro Antrittsprämie, sind teilweise in Nobelunterkünften untergebracht und müssen dann halt für diese Drehzeit von zwei, drei oder vier Wochen dann mit anderen Prominenten zugange sein. Und die machen das ja im Prinzip auch dafür, um dann Follower zu bekommen. Im Prinzip ist das das Business. Wenn wir ins Büro gehen oder einen normalen Job machen oder in die Werkstatt und dort unserem Job nachgehen und da sind da auch Mechanismen, die wir jetzt nicht gerne haben und die uns auch stressen und fertig machen, dann sagt man ja auch nicht, Mensch, das muss jetzt beendet werden, weil wir beschweren uns ja alle über die blöden Voraussetzungen dort auf der Arbeit. Sollte natürlich so sein, aber ist ja in der Regel leider noch nicht so, weil die meisten kleinen Betriebe haben jetzt keine Gewerkschaften, wo man sich dagegen wehren kann. Das ist jetzt mal ein bisschen weiter geholtes Beispiel. Im Prinzip ist das ja bei den Promis jetzt bei diesen Shows jetzt auch nicht und die kriegen es ja auch sehr gut entlohnt. Das sind teilweise für ein paar Wochen in Urlaubsgebieten in Thailand und Co. dann mehrere 10.000 Euro und da muss man jetzt auch nicht ultra Mitleid haben, wenn die sich da mal ein bisschen anbiefen und streiten. Also ich finde das jetzt nicht so tragisch und dass jetzt ein paar Leute auf Twitter, die dann ein Hashtag groß machen, dann so eine Macht ausüben auf dem Kanal, finde ich mittlerweile so ein bisschen peinlich, denn man sollte sich jetzt von dieser Cancel Culture jetzt nicht die nächsten Formate madig reden lassen. Denn das Format kann man nennen, wie man will, es wird immer zu diesen Mechanismen kommen. Das sind ganz normale Mechanismen, leider Gottes in diesen Trash-TV-Sendungen, dass es immer extremer wird. Es wird immer Leute geben, die machen für Screen Time alles. Sind die Diva, sind das Arschloch, sind homophob, sind eklig und dann kann man darüber diskutieren. Und das sind ja auch ganz normale Mechanismen in unserem Leben. Also wenn wir aus der Tür rausgehen in die Welt, dann wird man immer auch am Abend Leuten begegnen, die mag man, die findet man korrekt, die sind cool. Und dann gibt es irgendwie Leute, die benehmen sich sehr fragwürdig. Und das gehört ja auch zum Leben dazu, dann sowas halt auch zu thematisieren. Und indem man dann halt solche Formate cancelt oder halt auch Leute wie Prinz Markus schützt, indem man halt die ganze Staffel nicht mehr ausstrahlt und Folgen runternimmt, nachdem er homophobe Aussagen getätigt hat, dann schützt man diese Prominenten ja eher, anstatt die dann halt auch anzubrangern bzw. ja, das Ganze auch zu kritisieren. Und das habe ich mal versucht hier zu machen die letzten Wochen und das werde ich auch in Zukunft machen. Von daher fände ich es falsch, dass man dieses Format jetzt hier vom Sender nimmt und das dann einfach nur anders benennt in Zukunft. Denn was anderes ist es nicht. Wenn ihr jetzt noch andere Themen habt in Zukunft, dann schreibt mir die gerne bei Twitter und Instagram, da bin ich am aktivsten. Auf Facebook habe ich, wie gesagt, ein bisschen Probleme, mich einzulocken. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Ich werde da auf jeden Fall die Tage auch wieder reingucken und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst. Ich bin hier noch ein relativ kleiner Kanal. Wir sehen uns dann morgen wieder um 12 Uhr zu der täglichen Dosis Trash. Ich freue mich riesig und ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt hier im Thema sagt. Vielleicht seid ihr auch komplett anderer Meinung und sagt, nee, dieses Format musste abgesetzt werden und wir warten jetzt auf das nächste. Das kann ja nur besser werden, aber ich sage euch, das wird nicht großartig anders werden, ob man das jetzt Promis in der Skihütte, nennt oder Promis unter Palmen. Das ist im Prinzip scheißegal, denn die gleichen Mechanismen werden aufeinandertreffen. Und dann wird es auch nicht großartig anders werden. Das ist jetzt meine These. Ihr könnt die gerne wiederlegen unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Bis bald und ciao, ciao. Ciao.